Ob Sie ein Theater, ein Konzert, einen Sportanlass oder einen Business-Event veranstalten, verkaufen Sie Ihre Tickets ganz einfach über Ticketfrog online. Ticketfrog stellt das Business-Modell von klassischen Online-Ticketing-Anbietern komplett auf den Kopf. Wir verlangen weder vom Veranstalter noch vom Ticketkäufer irgendwelche Gebühren. Wir übernehmen sogar Kreditkartengebühren. Wir finanzieren uns über die Zielgruppen genaue Gutscheine auf den Tickets. Das ist also eine Win-Win-Win-Situation. Der Veranstalter kann kostenlos von einem professionellen Ticketing profitieren, Unternehmen können zielgerichtet werben und der Ticketkäufer hat erst noch Gutscheine auf seinem Ticket. Wir haben im Juni die Ticketfrog AG gründet und bereits zwei Monate später konnten wir die erste Finanzierungsrunde sicherstellen. Das erlaubt uns jetzt, in den nächsten Monaten unser Team zu verdoppeln, von 7 auf 14 und auch im Marketing richtig Gas zu geben. Unser Ziel ist, möglichst schnell einen hohen Bekanntheitsgrad zu bekommen und in der Schweizer Eventlandschaft ein namhafter Player für das Ticketing zu werden. Aber es ist erst der Anfang. Wir entwickeln die Plattform laufend weiter und so wird die Ticketfrog von Tag zu Tag noch besser. Für mich ist der Ansatz, den sie wählen, extrem spannend, auch auf die kleineren Unternehmen zu gehen, auf die kleineren Veranstalter und dort wirklich wesentlichen Mehrwert zu schaffen und selber versuchen, als Disruptor in diesem Bereich aufzutreten. Ich habe das Gefühl, es ist sehr vielversprechend, vor allem mit den Kompetenzen, die im Hintergrund sind. Kauft ein Eventbesucher sein Ticket auf ticketfrog.ch, kann ihr das Ticket einfach zu Hause ausdrucken. Ja, es war ganz einfach. Man hat einen Login gestellt, welche D-Karte angeht und man hat das Ticket gehabt. Am einfachsten, Sie probieren Ticketfrog gleich aus und erfassen jetzt auf ticketfrog.ch Ihre bevorstehende Veranstaltung.